Hallo Leute, mein Name ist Publays und heute spielen wir mal nicht Minecraft oder Team Fortis oder Gmod oder was auch immer ich immer spiele, sondern wir spielen ein Flash Game nach langer Zeit, das letzte Mal war ja Juli letzten Jahres, ja, und ich hab mir gedacht was wäre ein besserer Start, zu Flash Games, als Stealing the Diamond, es soll ein super gutes Spiel sein, ich weiß leider schon die Lösung, aber wer sie noch nicht weiß, schaut einfach mir zu, ich mach trotzdem alle Möglichkeiten, also darüber müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen, also dann fangen wir einfach mal an. Ja, spielen wir es doch einfach mal. As the Mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Alles klar, ja, immer nur ans Geld denken, ey, was, musician, hm, nee, okay, hier sind wir. Okay, tun wir uns reinschleichen oder doch reinplatzen, weißt du was, machen wir jetzt mal den epischen Weg, los, episches Motorrad, yeah. Wow. Oh mein Gott. Kick. Wow. Äh. Äh. Okay. Ja, schön, das hab ich auch gehabt mit mir. Kick. Ich hab einen gekriegt. Kick. Okay, dann war das andere war R. Rammeln. Epic. Yeah. So macht man das. Äh, we got a breach headed towards the medieval section. Ne, no shit. Bis. Advance. So geht's auch. Aber gehen wir mal zum Start wieder. Äh, gehen wir mal hier. Wir sind hier, wir sehen uns, wenn wir wieder da sind, wo wir aufgedampfen. Okay, springen funktioniert auch nicht. Okay. Äh, dann sehen wir uns wieder da, wo wir davor waren. Okay, jetzt sind wir hier wieder, wir nehmen Schild. Weil defensiv und so. Defensiv. Yes. Tunisia. Was? Äh, okay. Äh, Toe Cable. Yeah. Oh mein, dann muss ich da wieder zurück. Look. Woah, really? Yeah. That's when I decided I should probably get a different job. I figured Nightgarden is much less dangerous than driving it. Crap. Pech, crap. Oh, diese Musik. Nice. Äh, Rock. Stein. Oh Johnny. Hopps her down, repeat, hopps her down. Wir haben drei Sterne. Alles geil geht ja. Nein, der Sniper, äh, äh, Bubble. Ah super, dann kann ich da alles wieder zurück machen. Also wir machen jetzt erst mal den richtigen Weg und dann gehen wir wieder zurück und machen die ganzen Fades, okay? Klingt das gut? Ich hoffe, das klingt gut. Was ist der Poepel? Sir, place your hands where I can see them. If you do... Prozent Prozent Westerhenswirkensie bei Bries ab erlopfen zärt das wird immer noch nicht aus Recht mit dem Kopf zu schießen Westerhenswirkens alles klar N Ja, wir sind natürlich unsterblich. Ich meine, was habt ihr erwartet? Yeah, okay. Aggressiver Weg. Jetzt gehen wir zurück. Äh, ups. Wir sehen uns wieder am Anfang. Okay. Und jetzt tun wir uns reinschleichen und schauen wir, ob das irgendwas bringt. Oh, äh, wollen wir uns schrumpfen? Mit den Jumbo Hoppers, der hochspringt. Antigravitationskappe, Teleporter, Pick, Liquidificator. Liquidificator. Äh, wir nehmen S. Okay. Okay. Ah, okay. Finde ich gut. Ich hätte irgendwas Besseres erwartet, auf jeden Fall. Na, okay, eher dann. Probieren wir mal. Probieren wir erstmal, ob wir durchkommen, irgendwie. Woohoo! Yeah! Oh, shit! Norm. Das stimmt. Das ist ein Job. Jesus. Okay, dann Spitzhacke. Minecraft. Ach, komm! Meinen wir sind drin? Angry Hitler. Wow, man konnte da wirklich draufklicken. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Okay. 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 Flugzeug! Da, 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 da. Ach, pff. Komm. Geh mal oben rein. Hey. Halten. Wenn wir nicht so geht, dann wird er mich doch auch bemerken. Warum hat er dieses mal nicht bemerkt? Nice, Thäuser. Alter. Super Mushroo. Oh, shit. Jetzt geht's wie. Oh, shit. Genau. Oh, jetzt geht's hier rund. What? Huh? Uh, Sir? You might want to come look at this. I'm getting chaos readings at 10.6. It's coming from the museum. My God. It's over, 9? It's over. I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this pressing situation. Who's watching TV? Oh, hell. What is this? Oh, oh. Atomar. Atomar. Äh. Äh. Well, shit. Er ist tot. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ha. Boom. Was ist das? Taschenrechner. Ein böser Taschenrechner. Oh, mein Gott. Einer hat euch durchgenommen. Nein. Oh, shit. Alter. Was war das? Oh, das ist ein... Was war das? 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 war das ein Ending? ich bin leicht verwirrt You won the epic way Alter das war episch, okay jetzt gehen wir zurück machen den Weg nach oben noch also es ist ein recht langes Jumbo Hoppers ich meine davon gibt es richtig viele Teile also wenn ihr die anderen auch noch sehen wollt dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben oder schreibt einfach in die Kommentare dass ihr mehr davon haben wollt Teleporter, es funktioniert immer wo sind wir? oh mein Gott es hat funktioniert alles klar ich werde nur Falkenpunchen ich werde nur Falkenpunchen ich werde nur Falkenpunchen Pio wirklich jetzt okay Penny oh ein Penny Bei, ja, bei Penny Nein, ich wette, wenn ihr nicht getrunsert Das war jetzt nur ein gut Was, der Witz Ja, die Porte will gern Pio, okay Oh, shit Der hat jetzt so verkackt Äh, okay Ich hab versucht, das zu verstehen Es hat nicht wirklich funktioniert Runterfallen Ja, hab ich gedacht Aber okay Ein Halt, Seil Ding Und Laserschneider, Hammer Laserschneider Das war nicht mal Sinn You get cut, you no bleed Nee Oh ja, oh ja, das macht Sinn Weißt du was, wir spielen hier ein Spiel über Strichfiguren, also ich meine, wie macht doch nichts Sinn Käse Nachdem, wenn du ihn verbringst, hast du ihn verbringst, hast du ihn verbringst, hast du ihn verbringst? neck ich meine hat ein genick gebrochen aber nicht das war wollte springen ok dann im diamant was soll das denn jetzt bringen das war eine bratpfanne aber okay ja okay jetzt gehen wir zurück und versuchen die ganzen sachen aus die wir noch nicht gemacht haben also wir sehen uns dann wieder hier haben wir gleich das erste werden dass sie noch nicht probiert okay okay das haben wir auch noch nicht probiert den basket hier nein natürlich nicht okay nächstes hier haben wir das nicht probiert dass mit dem baum war es oder ja ja das ist da jetzt schauen wir ob das funktioniert okay nächstes hier war dieser sniper oh shit oh shit oh shit sticky grenade haben wir auch immer gedacht warum kleben die hier neben selber fest aber da fragen wir einfach nicht das ist halo ja okay nächstes hier haben wir nichts von den anderen benutzt okay crowbar machen das wie half-life metroid oder pokemon und half-life nein headcrabs geh weg ich hatte es sogar im spiel also haut ab wieso passiert das immer okay ähm metroid und dann noch pokéball was kann da dann schief gehen da alter ist wirklich pokémon would like to battle WEIKE ственно DONT BEMIL NUR BEMIL HMM BEMIL BEMIL Schauen wir mal, ob das funktioniert. I'm charging your blue laser! Jesus. Okay, jetzt probieren wir die ganzen zum Hochkommen. Und schauen, ob wir hier was finden. Jumblehoppers. Das sieht nach Spaß aus, wenn ich nicht so in Angst hätte. Okay. Okay, und dann noch die Anti-Gravity-Cab. Ja, go, 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 go! Well, shit. Ah, ich wollte auch schon immer ins Weltall. Das ist wie ein Scheißdreck. Okay, hier haben wir das, die noch nicht benutzt. Okay. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das erste Video ist, das ihr von mir gesehen habt, dann könnt ihr noch ein Abo, dann ein Like verlassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Here we go. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.